hallo und herzlich willkommen in der schüttelschule von bannecke.de mein name ist fabian faber und heute machen wir einen cocktail auf nachfrage aus unserer community und zwar blue lagoon ist ein cocktail der eigentlich nur noch ein bisschen verschrien ist aber wenn man gute zutaten nimmt ist auch das eigentlich ein sehr zugänglicher und sehr schöner frischer drink was man braucht ist vodka blue curacao frischen zitronensaft und zitronenlimonade der drink wird geshakt brauchen 4 cl wodka 2 cl blue curacao dann ungefähr 1 cl frischen zitronensaft und dann natürlich eis und dann schicken serviert wird der drink in einem blondenglas und wie man sieht kennt man sofort woher der drink seinen namen hat und dann zu guter letzt mit zitronenlimonade aufgießen als garnitur geben wir eine kirsche und einen orangenzest hinzu und dann noch ein trinkhalm fertig ist der blue lagoon tschüss tschüss Bis zum nächsten Mal.